Lichtenstein SA ist eine Kleinstadt im Landkreis Zwickau in Sachsen. Sie ist Sitz der Verwaltungsgemeinschaft rund um den Auersberg. Lichtenstein trägt den Beinamen Die Stadt im Grünen. Geografie Lichtenstein liegt zwischen Chemnitz ca. 29 km östlich und Zwickau ca. 12 km westlich. Lichtenstein liegt nördlich des Westherzgebirges auf einer Höhe von 288 bis 428 m ü. N. N. Angrenzende Gemeinden sind Bernsdorf, die Stadt Glauchau, Sankt, Egidin, Mülsen sowie Hundorf und die Stadt Ölznitz, Erzge, Stadtgliederung Heinrichsort, Röthlitz. Geschichte Im Jahr 1212 wird erstmals ein Kastrum Lichtenstein in einer Urkunde von Kaiser Friedrich II. erwähnt. Die erste gesicherte Erwähnung der Burg von Lichtenstein erfolgt im Jahr 1286. Im Jahr 1261 wird die Kirche Sankt Laurentius erstmals erwähnt. Die Stadt ist eng mit der Adelsfamilie Schönburg verbunden. Sie gründeten Ende des 12. Jahrhunderts Lichtenstein, bauten die Burg und residierten hier bis zu ihrer Enteignung im Jahr 1945. In einer Urkunde dieser aus dem Jahr 1446 wird Lichtenstein erstmals als Stadt bezeichnet. Im Jahre 1627 wird das Gebäude des heutigen Ratskellers als Rathaus umgebaut. Lichtenstein war 1593 zu 1713 von Hexenverfolgung betroffen. Zwei Frauen gerieten in einen Hexenprozess. 1593 starb die alte Mutter von Mattes Lilienweis in der Haft. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Lichtenstein im Jahre 1632 durch kaiserliche Truppen geplündert und abgebrannt. Sieben Jahre später wird dann die Burg durch die schwedische Armee zerstört und die Stadt geplündert. Der Stadtteil Kallenberg wurde im Jahr 1708 gegründet. Er hielt jedoch 1712 erst den Namen Kallenberg. Er bekam 1725 Dekasekunden Stadtrecht. Die Lutherkirche in der neuen Stadt wurde 1770 erbaut. Im Jahre 1771 ereignete sich ein Stadtbrand. Es dauerte zehn Jahre bis mit dem Wiederaufbau der Laurentiuskirche begonnen wurde, welcher 1786 abgeschlossen war. Der gotische Vorgängerbau stammte aus dem 13. Jahrhundert. Die neue Kirche erhielt 1902 ihre jetzige jämlich Orgel. In den Jahren 1771 und 1772 kam es zu einer Hochwasserkatastrophe und einer Hungersnot. Infolgedessen starben 787 Menschen in beiden Städten. Im Jahre 1843 wurde das Amtsgebäude in der Schlossallee erbaut, das heutige Palais. Das Postgebäude wurde 1859 errichtet. Zu einem weiteren Stadtbrand kam es im Jahre 1869. In den Jahren 1877 bis 1879 wurde die Bahnstrecke Stolberg-Saint-Egidien gebaut, an der auch Kölnberg einen Halt besitzt. Infolge der Industrialisierung Lichtenstein war bekannt für seine Textilindustrie, Strumpfindustrie, Trikotagen und Möbelstoffe wurde das neue Stadtviertel Grüntal 1880 gegründet, in welchem 1899 die Bürgerschule eingeweiht wurde. Die spätere Diesterweg-Schule, die Pestalozzi-Schule wurde 1906 und 1907 errichtet. Im Jahr 1920 vereinigten sich die Städte Lichtenstein und Kölnberg. Der Doppelname Lichtenstein-Kölnberg wurde von der Stadt bis zum 1. April 1938 geführt. Lichtenstein ist Ende April 1945 zunächst von der US-Armee besetzt worden und wurde im Sommer dann den sowjetischen Besatzern übergeben. Lichtenstein wurde mit der Gebietsreform in der DDR am 25. Juli 1952 dem neu gegründeten Kreis Hohenstein-Ernsttal im Bezirk Karl-Marx-Stadt angegliedert. Vorher gehörte es der Amtshauptmannschaft Glauchau an. Ab dem Jahre 1956 entstanden westlich des Bahnhofes zwei Plattenbaugebiete, zum einen das sogenannte Protzdorf, in dem 1966 die Otto-Grotewohl-Schule, die heutige Heinrich-von-Kleist-Schule, eröffnet wurde und in den 1980ern die Ernst-Schneller-Siedlung. Kurz nach der politischen Wende 1991 wurde der Grundstein für das Gewerbegebiet am Auersberg gelegt. Das Auersberg-Center wurde im Oktober 2004 eröffnet. Nach dem Ende der DDR versuchte Lichtenstein, den Tourismus zu beleben. Es trug 1996 die erste sächsische Landesgartenschau aus. Außerdem wurde 1999 neben dem Stadtmuseum die Mini-Welt eröffnet. Zwei Jahre später folgte das Tetz-Zentrum. Von 1997 bis 2000 wurde der Krankenhaus Neubau im Süden der Stadt errichtet. Im Jahr 2000 verkaufte das Bistum Dresden-Meißen das Schloss Lichtenstein, in dem vorher ein Altenheim untergebracht war und die Heilige Messe stattfand an Alexander Prinz von Schönburg-Hartenstein. Seitdem verfällt das Gebäude zusehends. Die Diesterweg-Schule wurde 2002 geschlossen und zwei Jahre später zog in das Gebäude das berufliche Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwesen, Lichtenstein, ein. Im August 2003 wurde die Ortsumgehung der B173 eröffnet. 1994 wurde Röthlitz und 1996 Heinrichsort nach Lichtenstein eingemeindet. Entwicklung der Einwohnerzahl Datenquelle ab 1998 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 129, 231 August Politik Der Stadtrat Lichtenstein setzt sich aus 22 Stadträten und dem Bürgermeister zusammen. Die Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 führte bei einer Wahlbeteiligung von 50,2% zu folgendem Ergebnis. Namensverzeichnis der Bürgermeister von Lichtenstein Soweit diese bekannt sind 1566 zu 1567 Franz Schäffler 1567 zu 1577 Clemens Schäffler 1578 zu 1592 Paul Schäffler 1593 zu 1599 Georg Wagner 1600 zu 1607 Paul Schneider 1608 zu 1629 Thomas Dunnert 1630 zu 1631 Eberhard Wolf 1632 zu 1632 Johann Schäffler 1633 zu 1633 Wolfgang Ebert 1649 zu 1649 Georg Vogel 1718 zu 1726 Johann Andreas Lüdemann 1990 zu 1550 Wolfgang Siebner Seit dem 1. August 2015 ist Thomas Nordheim Bürgermeister der Stadt Lichtenstein. Er wurde bei der Bürgermeisterwahl am 7. Juni 2015 mit 66,3% der gültigen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 56,2% im ersten Wahlgang gewählt. Sein Amtsvorgänger trat nach 25 Jahren nicht mehr zur Wahl an und Nordheim setzte sich gegen seine Mitbewerberin Dagmar Hammann durch. Namensverzeichnis der Stadtrichter und Bürgermeister von Kollenberg, soweit diese bekannt sind. 1725 zu 1725 1725 zu 1725 1924 zu 1924 Bürgermeister Max Pratel Mit der Städtevereinigung von Lichtenstein und Kollenberg im Jahr 1920 sind auch die Stadtwappen beider Städte miteinander verschmolzen. Das alte Lichtensteiner Wappen zeigt im Wappenschild auf rotem Untergrund einen in Silber gehaltenen Torcham. Das Fallgitter im oberen Teil des Torbogens ist vergoldet. Auf dem Torbogen befindet sich ein nach oben breiter werdender Turmaufsatz, bestehend aus zwei Etagen. Den Abschluss bildet eine Kuppel mit einer vergoldeten Spitze, flankiert von zwei Ecktürmchen, deren Spitzen ebenfalls vergoldet sind. Zu beiden Seiten des Turmes rankt sich jeweils eine Rose mit grünem Stängel und silbernen Blütenblättern. Das Alter des Wappens lässt sich nicht mehr genau bestimmen. Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts trugen amtliche Schriftstücke einen Siegelstempel mit dem beschriebenen Wappen. Das Wappen der Stadt Kollenberg war das Hauswappen des Grafen Otto Wilhelm von Schönburg. Er verliert dem Ort mit der Erteilung des Stadtrechtes im Jahre 1725. Der Wappenschild führt auf silbernen Grund zwei starke nach rechts unten führende rote Streifen. Der Spangenhemm mit der dazugehörigen Grafenkrone befindet sich über dem Schild. Die Schmuckfedern des Helmes sind gleichfalls in Silber und Rot gehalten. Das heute gültige Stadtwappen zeigt auf der linken Seite das alte Lichtensteiner Wappen mit dem silbernen Tortscharm auf rotem Grund. Die rechte Seite verweist auf das frühere Kollenberger Wappen mit dem roten Streifen auf silbernen Grund. Die Farben Rot und Silber entsprechen exakt den schönburgischen Hausfarben. Städtepartnerschaften Eine Städtepartnerschaft verbindet Lichtenstein seit 1990 mit der deutschen Stadt Enger im Kreis Herford-Nordrhein-Westfalen. Regelmäßig erfolgen gegenseitige Besuche bei den Festlichkeiten, beispielsweise dem Rosenfest in der Stadt Lichtenstein und dem Kirschblütenfest in der Stadt Enger. Freundschaftliche Beziehungen bestehen auch zu den Städten Polingen im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg und dem bayerischen Lichtenfels. Öffentliche Einrichtungen In Lichtenstein befindet sich ein DRK Krankenhaus, ein Krankenhaus der Regelversorgung mit 155 Betten. 1440 wurde das erste Hospiz in Lichtenstein errichtet, 1888 erfolgte der erste Bau auf dem heutigen Krankenhausgelände. Das Krankenhaus kooperiert eng mit dem DRK Krankenhaus in Chemnitz-Rabenstein, so besitzen beide Häuser einen gemeinsamen Geschäftsführer. Träger ist seit 2004 die DRK gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen. Die Stadt Lichtenstein hält 10% der Anteile am Krankenhaus. Kultur und Sehenswürdigkeiten Schloss Lichtenstein St. Laurentiuskirche Miniwelt Pavillon im Stadtwald Theater Helmnot Theater Lichtenstein Museen-Detz-Zentrum Erlebnisausstellung Meisterwerke in Holz Stadtmuseum Puppen- und Spielzeugmuseum Heimatmuseum im Gärturm Miniwelt Weltbekannte Sehenswürdigkeiten in Miniaturformat Minikosmos Modernstes Planetarium und 360-Grad-Kino Deutschlands Erste Sächsisches Café-Kanne-Museum Musik Musikverein Lichtenstein S.A.E.V. Sächsische Orgelakademie Lichtenstein E.V. Musikverlag Hüttner Posaunenchor Röthlitz Bauwerke Schloss Schloss Palais mit Englischem Garten St. Laurentiuskirche Lutherkirche Parks Englischer Garten Kepler-Schlucht Stadtpark Bergerpark Alberthöhe Grüntal Schubertgrund Park Schlösschen Entlang des französischen Parks Englischen Garten und fortführend über die Schlosshangwiesen führt der 2009 ins Leben gerufene Lichtensteiner Skulpturenpfad bis in die Innenstadt Vereine die Erker Ortsgruppe Albert Schweitzer Lichtenstein Spiel- und Sportvereinigung Fortschritt Lichtenstein E.V. BV Basketballverein Lichtenstein Lichtensteiner Tierlehrpfad Indianertal E.V. Bau, Bildung Lichtenstein hat ein Berufsschulzentrum für Wirtschaft und Sozialwesen, zwei Grundschulen, 1 Oberschule mit Haupt- und Realschule sowie das Gymnasium Prof. Dr. Max Schneider Verkehr Nach dem Bau einer Ortsumgehung führt die B173 jetzt an der Stadt vorbei. Über drei verschiedene Abfahrten erreicht man die Stadt. Sie ist auch über die nördlich verlaufende A4 Anschluss Glaucher Ost oder Hohenstein-Ernsttal und die südlich verlaufende A72 Anschluss Hartenstein zu erreichen. An der Bahnstrecke Stolberg-Sankt Egidien besitzt Lichtenstein und sein Ortsteil Röthlitz neben dem Bahnhof Lichtenstein S.A. Noch die Haltepunkte Lichtenstein Gewerbegebiet Lichtenstein Ernst Schneller Siedlung Lichtenstein Hartensteiner Straße und Röthlitzohndorf Haltepunkt Röthlitzohndorf Haltepunkt Lichtenstein Hartensteiner Straße Bahnhof Lichtenstein S.A. Punkt Haltepunkt Lichtenstein Ernst Schneller Siedlung Haltepunkt Lichtenstein Gewerbegebiet auf der Flur von Sankt Egidien Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt David Sigmund Büttner evangelischer geistlicher und früher Geologe und Paläontologe Karl-Christoph Rauchfuß Arzt Mineraloge Afrika-Forscher Gottlob Christian Crucius Philologe Pädagoge und Autor Ferdinand Heinrich D.E. Listner Marionettenpuppenspieler Paul August Lazarus Beckert Porträt- und Historienmaler Hugo Friedrich Kulditz Historiker Botaniker Martin Götze Bildhauer Max Wilhelm Müller Politiker Karl Max Schneider Professor und Direktor des Leipziger Zoos Helmut Walter Merkel Gründer Erzgebirgs Ensemble E.B.H. D.L.A. Schriftsteller Edith Carstensen Scherenschnitt Künstlerin Trägerin Bundesverdienst Kreuz 1 Klasse Werner Buschmann Minister für Leichtindustrie in der DDR Wolfgang Mitzinger Minister für Kohle und Energie in der DDR Lothar Herzog Ehemaliger Kellner und Personenschützer Erich Honeckers Erich Rauschenbach Kartonist Richard Pietras Schriftsteller Marita Sandig Ruderin Olympiasiegerin 1980 im Achter Steve Jankner Motorrad Rennfahrer Michael Sonntag Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Ronny König Fußballspieler Frank Sorge Fußballspieler Andreas Steiner Politiker und ehemaliger Abgeordneter der Volkskammer der DDR Christian Weisbach Ingenieur Egon Winkelmann Politiker und Diplomat der DDR Persönlichkeiten die vor Ort gewirkt haben Kurt Altmann Kaufmann Textilunternehmer von 1920 bis 1945 in Lichtenstein Strickwarenfabrika LROVA Ab 1933 Aldo Strickwarenfabrik Johann Avenarius Theologe Hebraisch von 1552 bis 1555 Fahrer in Lichtenstein Georg Heinrich Friedrich Lürich Maler Rektor der Kunstakademie Dresden Klaus Hennig Physiker 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 Untertitelung des ZDF, 2020